Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Your Level. Leider konnte ich anscheinend immer noch keine Leute überzeugen, mir Level zu schicken. Darum muss ich wieder ein bisschen ausweichen, hab mal wieder mich ein bisschen schlau geguckt und hab dann ein interessantes Spiel gefunden, beziehungsweise einen interessanten Hack. Das mache ich jetzt so lange, bis ihr dann, sag ich mal, euch erbarmt oder Mitleid mit mir habt und mir meinen Level schickt. Das Level kann kurz sein, es kann lang sein, es kann creepy sein, es kann ein Crossover sein, es kann alles sein. Einfach auch, wenn es nur Sound-mäßig ist. Ich bewerte es jetzt auch nicht so wie der Emero, sondern sag einfach, hey, wisst ihr was? Geiles Level oder gutes Level. Also klar, es ist schon eine gewisse Wertung da, aber ich sag, glaube ich, in den seltensten Fällen, Alter, egal was du da gemacht hast, aber löscht das von deiner Festplatte. So, also, was haben wir denn heute für ein Hack? Wir haben heute Mario vs. Sonic X. Ich war erst überrascht, als ich das gelesen hatte und dachte mir, oh mein Gott, eine Exe-Datei, das wird ein Virus sein. Aber, hmm, ich konnte mich dann ein bisschen anders überzeugen und wir gucken einfach mal rein. Mario vs. Sonic X. Äh, ja, gut. So, gehen wir mal rein. Natürlich versteht sich von selbst die B-Datei. A portal opened in Mushroom Kingdom and Sonic Axe captured a Mario and Luigi and took them to a cave of fire. Now Peach started a quest. Böser Sonic. Böser Sonic. Ich hab ja schon immer gesagt, dass Sonic böse ist, aber so böse hätte ich jetzt nicht gedacht. Mario, you need to quickly save me. Sonic Axe captured me. Now I'm on Green Hill and he's holding a bloody knife. Help! Welp! Ja, liebe Prinzessin, wir werden dich natürlich befreien, sofern es die Zeit in uns ermöglicht, ne? Gehen wir mal rein. Oh. Also, wir haben es hier erstmal... Moment. Wieso ist denn der Panzer da gerade... Ach, egal. Ich frag lieber nicht. Nein! 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 I'm a idiot. I'm a really stupid idiot. This is the Yoshi coin. Collect five and get alive. Oh, oh, hier wird sogar gereimt. Collect five and get alive. Ah. Oh, juhu, blindfall. Ecke, ecke. Ich hab' ne Ecke entdeckt. Da, da. Achso, wartet. Wartet, 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 wartet. Da, da. Okay. Wah, wah, wah. Da, 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 da. Hä? What the... Ja. Und hier kommen wir nochmal zu dem Punkt speichern, ne? So. Gespeichert. Hehe. Gut, dann kann ich es dir jetzt aber nochmal ordentlich angehen. Ähm. Ja. Oha. So. Speichern, speichern, speichern. Oha. Die können ja zurückschießen. Hab ich da irgendwas verpasst? Oh, hier hätte ich jetzt gerne echt einen Yoshi. So, den nehmen wir mit. Und machen das da rüber. So, jetzt speichern wir. Jetzt verschwinde ich aber nicht. Hm. Oha. Hui. Alter, wie viele Yoshi-Coins bekommt man denn hier? Tja, tschak. Es sind jetzt innerhalb von kürzester Zeit so viele Yoshi-Coins. Naja. Also, was ich schon in einer... Was ich schon in einer Preview sehen konnte, war, dass es hier auch diverse andere Levelabschnitte gibt, wo man dann auch nachweislich sehen kann, was da passieren wird. Oh. Äh. Das war jetzt... Das war jetzt wirklich doof. Gut. Haben wir jetzt hier... Secret Place. Switch Palace. Oh, Münzen. Soll ich alle Münzen sammeln? Nee, ich glaube, das interessiert euch nicht, ne? Da oben die Ecken. Oh mein Gott. Der Elmero würde sich in seinem Stream drehen. Gut. Also, dann haben wir den ersten Schalterpalast. Ja. Ja, ja, ja. Kann man so lassen. Kann man definitiv so lassen. Schalterpalast. Standard. Ja. Jetzt nichts Besonderes, nichts Schweres, gar nichts. Also, in Ordnung. Aber warum kann man hier nicht speichern? So. Wir speichern mal wieder. Oh, nee, ne? Hell yeah. So. Und hier gibt es auch noch eine Feuerblume. Die haben die Farbe geändert, oder? Ein leichtes... Leichtes braun, würde ich sagen. Also, Frauen würden ja jetzt sagen, das ist Cappuccino. Ich sag dazu aber, das ist Pac-Brown. So. Hier wieder schön lang. Ähm. Okay. Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ob ich da jetzt gerade oben war und wieder runtergefallen bin. Kann ein Fehler vom Programm sein. Chack, 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 chack. Chack, chack. Chack, chack. Chack dis out. Ah. Boah, dass wir ja Münzen haben Cool, spottet mal wieder So, den haben wir auch platt Den hier hoch Hm Na komm Dammit Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet Wobei es so offensichtlich war, ne Okay, gut Ja, es ist halt Es gibt hier Wände und es gibt hier keine Wände Und ich bin halt gegen die Keine Wand gesprungen Okay, also wir hatten jetzt alle Yoshi-Coins Das heißt also, die kann ich jetzt mal mit Trost Alter, jetzt riech ich aber ab Jetzt geht's hier aber gleich ab Ey, was hab ich denn hier für ein Skill, bitteschön So Hier rüber Hier hoch Ist mir jetzt gerade vollkommen egal Riech mir jetzt hier lang Oh, nee, ne Halt Gecheatet Ach, ja, nee Ist klar Ist klar Kleine dreckige Made Egal Was? Ey So Meine Güte Was hab ich denn da für eine Grütze gespielt? Ich glaub, ich muss mal meine Brille wieder absetzen Damit ich besser sehe Pipe Cave Oh, das kommt mir jetzt bekannt vor Wurden hier die Grafiken angepasst? Was ist denn hier los mit mir? Und wieso höre ich hier die ganze Zeit diese Sägeblätter? So Wollen wir das speichern? Ah Wow Ach, komm Gibt's hier keinen? Nein, gibt's nicht Okay Gut, wir haben schon mal die Hälfte erreicht Rein theoretisch die Hälfte Oh, Chuck Und hier gibt's ein Leben Hier gibt's noch mal einen Pilz Hier springen wir jetzt einfach mal so rüber Ich glaub, einiger Skikorn hatte ich jetzt absichtlich übersehen Oder auch nicht So, fliegen wir jetzt hier elegant rüber Achso Wir sind schon da gewesen? Das ging jetzt schnell Hm Gut Ah, ähm Ja What Was ist das denn? Die Augen finde ich cool Das hier hebt sich nicht zu Äh, hebt sich nicht stark ab Das ist das Problem Deswegen kann es da zu Verwechslungsmöglichkeiten kommen So, komm Hier schweben wir einfach mal rüber Aha Oh Okay, das war doof Aber Wir haben gesehen, wo es ist Okay, wir haben gesehen, wo es ist Ah Komm Wollen wir uns das auch noch Also Es stand hier jetzt eigentlich Schwierigkeitsgrad normal Aber bisher würde ich das als Easy einstufen Also, ähm Man muss dazu sagen Dieser Hack hat, ähm Wenn ich das richtig in Erinnerung habe Sechs Ausgänge Das heißt also rein Theoretisch jetzt Fünf Level Ich warte jetzt noch irgendwie auf den Zusammenhang mit Sonic Das könnte schon Eher so in die Richtung Sonic gehen Oh nein Oh nein Hier speichern wir mal Oh, da unten sind Muncher Munch, Munch, Munch Da laufe ich einfach so durch If you want to move from here You need to grab all the coins of the castle Nein, ne Okay Gut Muss ich nochmal zurück Ah Okay Wir machen das Ganze nochmal von Anfang Nochmal von Anfang Wir brauchen also alle Münzen Ganz wichtig Alle Münzen Weil hier hatte ich nämlich schon die erste übersehen Ich wollte gerade sagen Ich gucke dich an Och nö Der hat Komm, das war jetzt Hundertprozentig Absicht Gut So Jetzt warten wir hier die Geisterchen ab Und Dann können wir hier rüber Und hier Okay Und jetzt heißt es hier nur noch durchlaufen Ah So komme ich da durch Nein Die folgen mir Ähm Nehmen wir die rechte Tür Wer bist du denn Hä What the hell Warum Okay Das funktioniert auch nicht Was muss ich denn hier machen Ähm Was zum Was zum Was hat denn der für eine Hitbox Was hat der für eine Hitbox Was ist denn das Was ist denn das So Jetzt speichern wir nochmal Warum Ähm Das gibt es doch nicht Warum Was ist denn Was ist denn der für eine Hitbox Das ist nasıl Was ist denn der für eine Hitbox geht Es ist Was passiert hier? Nein, warum habe ich die falsche Taste gedrückt? Äh, also jetzt geht es hier aber echt ab. Wow. Na, komm. Okay. Oh, komm. Okay, gut, der schießt wieder Feuer. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das hier für ein Level sein soll. Das ist ein bisschen creepy. Oh mein Gott, was soll ich denn hier machen? Wenn ihr Mario vs. Sonic X auch schon mal gespielt habt, könnt ihr mir mal sagen, was man hier machen muss. Oh, verdammt. Puh. Puh. Boah, komm. Wir springen mal wieder da oben drauf. So. Oh Mann. Also ganz im Ernst, das Spiel ist... Also der Bosskampf ist bockenschwer. Das gibt es nicht. Was ist denn da vorne für eine... Was ist denn da vorne hier für eine Deadline? Oh nein. Oh nein. Muss ich jetzt einfach nur lange aushalten, oder was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Moment. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Was war das denn jetzt? Boah. Ähm. Ich hab's. Oh nein. Ja. Das gibt's nicht. Ja, das passiert schon. Jawohl. Ja, wunderbar. Man braucht ja eigentlich immer nur drei Treffer. Boah. So, komm. Und jetzt nochmal gegen die Wand rennen. Komm. Nein. Okay. So. Geh hoch, komm. Und jetzt fahr nochmal irgendwo gegen. Da hab ich keine Chance. So. Das gibt es nicht. Warum? Alter. Der hat eine beschissene Hitbox. Die beschissenste Hitbox ever. Ich krieg's nicht. Nein. Warum hab ich jetzt die falsche Duster gedrückt? Die wollen speichern. Mann. Gut. So. So, komm. Ja, 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 ja. Safe. Gut. Gut. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, noch eine Zeitbegrenzung. Nein, an der falsche Stelle gespeichert. Ah, ich geh doch kotzen. So, jetzt kommt er da raus. So, jetzt kommt er da raus. Na komm, du rennst doch wieder. Oh, nee, ne? Gut. So. Er soll mal wieder schießen. Ah, nein. Alter, du kleiner Drecksbastard. Komm her. Jawohl. Nein. Oh, ich hab's endlich geschafft. Ja. Alter, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Portal Entrance. Da war er, der böse Sonic. If you want to save your princess, you should go to Green Hill and defeat me. Press right. What? What? Moment. I'm in? Ja, nee, ist klar. Hier stand was von sechs Exits. Okay, hier haben wir das klassische Sonic. End of Demo. What? Das ist nur eine Demo? Hell yeah. Das meint ihr jetzt nicht ernst. Das ist doch schade. Jetzt gerade, wo es hier mal, sag ich mal, ein bisschen interessanter wird. Mal so dieses Crossover. Gut. Ja, liebe Leute. Das war Mario vs. Sonic X. Und ja. Und ja. Wie gesagt, ich warte immer noch auf eure Level. Werde das auch so lange weitermachen. Bis da mal, wie gesagt, von euch ein Level kommt. Egal ob Super Mario World, äh, New Super Mario Brothers für den 2DS. Äh, äh, für den 2DS. Für den Nintendo DS. Egal ob Yoshi's Island oder irgendein anderes Spiel, wo ihr vielleicht meint, hey, ich habe da ein Hack gemacht. Teste das mal bitte für mich, ja. Klar, am meisten Spaß macht es jetzt hier wirklich aktuell in Super Mario World. Aber ich bin auch gerne bereit, wenn ihr sagt, ihr habt was anderes gemacht, das zu machen. Ich blende jetzt hier unten nochmal die E-Mail-Adresse ein. Troplay.let'splayyourlevel. Also lpyl at gmail.com.de Ihr seht es ja hier unten, ne. Ist halt, wenn man immer DE und Komma-Adressen hat, ne. Ja, und wenn es euch trotz alledem gefallen hat, ja. Oder wenn ihr meint, hey, der Troplay, der macht das wirklich gut. Oder versucht, sich da Mühe zu geben, mal gucken, wie es mit einem eigenen Level aussieht. Teilt es. Gebt ein paar Freunden da Tipps, so von wegen, ich weiß es nicht, ne. Ich würde mich halt freuen, wenn hier der Anspruch in, oder der, äh, ich euren Ansprüchen da gerecht werde. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.